heute zeige ich euch wie ich baue also ich habe mich stark verbessert also was heißt stark aber ich habe mir bald fortnight kippt so angeguckt nein hier haben und ich und mein freund gebaut egal wo es legt monster leg guck ich fange ja standardmäßig an und dann ich habe das sehr hart geübt editieren will ich in der nächste aber dafür habe ich nein diesen bisschen verlernt und ich hole mir eventuell morgen am 17 8 2019 hole ich mir über den tiefen x den bellpark also ja und wir spielen gleich auch noch eine solorunde editieren üblich noch maximale noch mal runter ihr habt vielleicht gerade mit kommen ich weiß es nicht 20 prozent auf meinem handy die heißen vor layer so glaube er und schreibt mir in den kommentaren ob ihr auch heute schule hatte ich hatte wieder meinen ersten schultag also ich bin auf eine neue schule gekommen ja ich bin in den fünften gekommen nix besonderes wisst ihr was ich doof bin ich muss erst ein bisschen länger zeit chance kann ich auch langsam das war natürlich nix ich hab das so so leute ich bin nicht eingespielt herum springt er nicht na so kann man auch mit einer pyramide machen meine meinung so wartet das übe ich im moment noch das war richtig schnell sein so Das war's für heute. Warum fällt immer mein Handy runter, Leute? Das verstehe ich echt nicht. Ich glaube, dass ich lichte es. Like und abonnieren. Lass mal ein Like und ein köstliches Abon. Das würde mich sehr freuen. Meine Siege, Null Siege, Duo 1 Sieg, Team 0 und LTM 5. Kann ich noch, nein, ich kann nicht mal abrechnen, weil sonst würde ich Kopfgeld. Ich glaube, Kopfgeld ist noch drin, aber gestern habe ich gespielt und da war es drin. Aber mache ich dann nächstes Video. Weil ich habe nur noch ein paar Prozent und das ist nicht gut. Deswegen spiele ich die Solo-Runde noch und dann geht es ab am Hochladen. Leute, falls ihr euch fragt, ob das Video vorproduziert ist oder so. Also ich produziere nicht vor. Nicht. Weil ich mag das, wenn man die Videos macht und man direkt hochladen kann. Ich produziere nämlich nie vor. So. Edit mich. Wir können mal zocken. Ein bisschen versuchen, Wind zu holen. Leute, wo ist es euch hin? Geht plassend. Rasier ich alles. Spaß. Seht ihr alles? Edit mich. Ich heiße N-I-Q-L-A-S. Alles klar. 2, 8, 6, 5, 5, 5, 6, 6. Ich hoffe, ich habe Minimum 2 Kills. Meine Falle. Hä? Warum kann ich die Falle nicht platzieren? Komm. Wenn ich die Falle nicht platzieren kann, was soll ich da machen? Warum kann ich die Falle nicht platzieren? Oh. Ja, egal, Leute. So. Leute. Wenn ihr 2 Tänze davon habt, lasst ein Like da. Einmal den. Oder den. 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 Oder Daumen hoch. Wenn ihr 2 davon habt, lasst ein Like da. Oh, Vischer. Mein Lieblingstanz. Hm. Und der Nosekinstanz. Ich liebe Nosekins. Deswegen spiele ich ihn meistens. So. Leute, diesmal lande ich. Ich weiß es nicht. Schreibt mal einen Live-Shirt Spaß. Ich kann erst wieder live-streamen. Also, wenn ich 1.000 Abonnenten habe. Also, wenn ich 1.000 Abonnenten habe. Dann kriege ich das wieder. Also, macht ihr die 1.000 Abonnenten voll. Wäre richtig korrekt. Hahaha. Das wäre mein Traum, echt mal 1.000 Abonnenten zu haben. Aber werde ich bestimmt erschaffen. Okay. So. So. Und jetzt. Wir gehen Retail. Okay. Aber da sind Zombies wieder. Da sind die Zombies. Leute, warum fällt mein Handy runter? Ich habe nur noch 10% auf meinem Handy. Das ist richtig cool. Kann ich gleich direkt mal aufladen. Und 3, 2, 1. Boom. Wieder Vorsicht vor der Herr. Oder so. Ey. Warum ist das so? Nein. Hier ist direkt so ein Ding. Bums. hier. 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 Okay, Leute. Digga, da will denn noch alles kommen? Ja, komm, lad deine ganze Familie ein. Nein. Ich habe null Metz. Tschüss. 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 Boah. Oh my god. Minis. Vielleicht gehe ich da wieder rein. Minis. Minis. Warum liegen hier so viele Minis? Ich gehe da gleich wieder an und fight. Ich habe ganz vergessen, seinen Loot aufzuheben, weil ich so wenig HP hatte. Ich will aber erstmal ein bisschen Metz farmen. Oder ich kann vom Berg aus. Ja, Metz. Könnte besser sein, ob er. Ja. 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 Tja. Tja. Ja. Tja. 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Egal! Ja, Mann! 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 Ja, Mann!